Jo Freunde, was geht? Auch wir wollen jetzt auf Reisen und Gönnergy ist auch auf Reisen und zwar auf dem Weg nach Österreich. Ab heute gibt es Gönnergy bei Villa und ab dem 4.4. bei Winterspar. Limited Edition, ein deutschland-extremstern ausverkauft an die Österreicher. Gönnt euch die neuen Limited Editions, extremst köstlich-schmacklich. Traftig-knaftig und vergesst nicht, für eure Lieblingssorte abzustimmen. Den Code dazu findet ihr unter der Rasse bei der Dose. G-Shit für Gönnen, lasst es euch schmecken. Grüße gehen raus an alle Österreicher. Wir haben an euch gedacht und was zurückgehalten. Kuss. Jetzt werden wir nach Köln fahren mit der neuen S-Klasse. Langstrecke testen, ist fast eingefahren, fehlt nicht mehr viel. Und dann muss ich ein bisschen am Equipment rumfummeln. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr habt schöne Ostertage gehabt. Ostermontag sollten viele von euch auch am Start sein. Wir fahren jetzt zur Borla League. Die Perspektive ist vielleicht nicht für euch die beste Perspektive. Wir haben Probleme, weil dadurch, dass die S-Klasse viel niedriger ist und auch von der Höhe viel niedriger, ist das Stativ ein bisschen zu lang gewesen. Also es ist jetzt auf jeden Fall nicht scheiße, ist ja klar, aber ist auch nicht zufriedenstellend. Plus, wir haben eventuell, fällt einem das auf, wir haben auch eine neue Kamera. Ich hoffe, die Qualität gefällt euch von der Leistungssteigerung. Also es ist jetzt auf jeden Fall eine sehr hochauflösende Kamera in viel, viel besserer Qualität. Ja, warum fährt Onkel Monte jetzt doch mit der S-Klasse Langstrecke, obwohl er gesagt hat, er will die S-Klasse nicht für Langstrecke fahren, nimmt den GLS? Die Antwort ist relativ simpel für die Klicks, Digga. Ganz simpel für die Klicks. Nee, Spaß beiseite. Ich muss ja trotzdem auch mal testen, wie die S-Klasse auf Langstrecke performt. So ist es ja nicht, ne? Ich werde es ja nie herausfinden, wenn ich keine Langstrecke fahre, ist ja klar. So, erstmal ganz kurz das Snacken. Jetzt gibt es ASMR, Digga. Ich hau mir ein richtig dickes Ding in den Mundwinkel rein. Das Navi sagt 48 Minuten Stau jetzt. Perfekt. Da habe ich ja richtig Bock drauf, Digga. Oh, jetzt 51 Minuten Stau. Ich habe gedacht, auf Montag, Ostermontag ist der Verkehr schön entspannt, Alter. Bis jetzt erstes Fazit zum S63 E-Performance. Es ist ein sehr, 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 sehr schönes Auto. Gefällt mir wirklich unfassbar gut. Gibt natürlich auch ein paar Kleinigkeiten, die ich jetzt kritisieren könnte. Der Wagen lässt sich wirklich unfassbar angenehm fahren. Der Wagen macht richtig Spaß auf der Straße. Er ist noch nicht ganz eingefahren. Man soll ja laut Hersteller 1500 Kilometer einfahren. Ja, da brate ich mir ein iPhone. Ich bin jetzt so 1200 Kilometer ungefähr gefahren. Der ist jetzt einsatzbereit und kann auch gefahren werden. Ich habe mir sowieso gedacht, das macht ja gar keinen Sinn. Wenn die zu mir sagen, ich soll 1500 Kilometer einfahren. Was ist denn was, wenn ich davon 500 Kilometer oder 600 Kilometer fast nur mache mit dem Elektromotor und nur in der 50er Zone rumjuckel? Das macht ja eigentlich auch gar keinen Sinn. Bro, hier steht jetzt wirklich 62 Minuten Stau. Oh Gott, was ist denn jetzt, Digga? Das kann doch nicht sein. Fünf Minuten Stau direkt hier. Und 61 Minuten Stau, Digga. Das ist, glaube ich, Rekord. Ja, ansonsten, was ist passiert in der Zeit, wo Onkel Montelig da war? Micky hört auf zu streamen. Habe ich gestern mitbekommen, dass Micky verkündet hat, dass er aufhören möchte zu streamen. Ja, was soll ich euch da groß zu sagen? Also am Ende ist es ja eine Entscheidung, die Micky zu treffen hat. Wird wahrscheinlich eine Entscheidung gewesen sein, die er relativ spontan getroffen hat. Denn wie wir alle mittlerweile wissen, gab es da Gespräche mit gefühlt fast jedem Streamer, der ein bisschen was zu melden hat in Deutschland mit einer neuen Streaming-Plattform, die von Join gegründet hätte werden sollen, wo viele Streamer auch einen Vorvertrag schon unterschrieben haben für zwei oder drei Jahre. Und meines Wissensstands hatte da Micky den Vertrag auch schon vorunterschrieben, was mich ja auch in erster Linie erstmal freut, weil es ja auch finanziell ein guter Schritt ist. Dementsprechend war der aktuelle Stand bei Micky vor einigen Monaten, beziehungsweise vor einem Dreivierteljahr, Jahr, dass er, wenn die Plattform am Start gekommen wäre, ja mindestens noch zwei, dreistel Jahre gestreamt hätte. Deswegen denke ich, ist es eher eine spontane, nicht spontane, aber eine vor kurzem getroffene Entscheidung seinerseits. Und kann natürlich auch sein, beziehungsweise wird dann ja sein, dass er sich vielleicht auch denkt, okay, ich setze den Fokus jetzt erstmal auf die Familie, ich setze den Fokus jetzt vielleicht auch in selber Familie gründen. Da wünscht man ihm nur das Beste, wenn es eine Entscheidung ist, die ihn wirklich macht, dann soll er die Entscheidung umsetzen. Digi Join und DeZone, beides Wucher. Also ich rede da jetzt Klartext drüber, ist mir auch scheißegal. Join wollte eine Streaming-Plattform gründen, wo sie alle Top-Streamer aus Deutschland streamen lässt. Da war jeder im Gespräch, der irgendwie ein bisschen was zu melden hatte. Viele waren von diesem Projekt extremst gehypt, vermutlich auch, weil Join gut bezahlt hat oder gut bezahlt hätte. Viele waren extremst gehypt, weil sie den Vertrag ihres Lebens bekommen hätten und Geld verdient hätten, wie sie zuvor noch nie verdient haben. Ich persönlich, will mich jetzt nicht als etwas Besseres darstellen, aber ich persönlich fand das ganze Projekt von Anfang an ein wenig suspekt. Unter anderem, ich plauder jetzt einfach auf ein Nähkästchen, ist mir jetzt auch scheißegal, Digga. Unter anderem beispielsweise, weil die Plattform aufbauend darauf funktionieren sollte, dass nur die Leute, die den Vertrag am Anfang bekommen auf dieser Plattform hätten streamen können. Das heißt, ihr da draußen hättet euch beim Launch der Kampagne zwar anmelden können und einen Account zum Kommentieren, hättet aber nicht die Möglichkeit gehabt, eventuell auch selber zu streamen auf einer neuen Plattform. Das fand ich schon mal unfassbar scheiße, Digga. Dann auch der Name, ich weiß gar nicht, wie sie das Ding nennen wollten. Auf jeden Fall irgendwie Join Livestream oder auch wirklich ein kompletter Moistimeyer-Name. Für mich persönlich fand ich den Namen sehr unspektakulär. Und dann waren da noch andere Dinge. Ich will jetzt keine Vertragseinhalte ausplaudern, aber ich will mal so sagen, ich werde auch nicht verstehen, warum viele Leute diesen Vorvertrag unterschrieben haben. In diesem Vertrag standen ganz viele Punkte drin, die ich als Streamer zu erfüllen habe. Aber es standen ganz wenig Punkte drin, was denn die Plattform Join zu erfüllen hat, wenn die Plattform ausfällt beispielsweise, nicht funktioniert etc. Also da stand, sobald man als Streamer irgendwie mal zwei Wochen, drei Wochen krankheitsmäßig ausfällt, dann wird dir das gekürzt, dann wird dir das gekürzt, dann gibt es keine Zahlung hier, keine Zahlung da als Beispiel jetzt. Aber da stand in keinem Punkt drin, ja, was ist denn eigentlich, wenn die Plattform Join mal für eine Woche oder zwei ausfällt, weil, keine Ahnung, die werden geddosed oder die werden gehackt oder... Und das war schon auch etwas, was mir sauer aufgestoßen hat und was ich nicht so gefühlt hätte, sagen wir es mal so. Da gab es dann in gewisser Art und Weise ein bisschen Diskrepanzen und ja, es ist, wie es ist. Ich hätte sehr gerne beobachtet, wie sich das entwickelt hätte. Also ich hätte bei Join nicht unterschrieben, sage ich euch ehrlich. Das Angebot, was ich bekommen habe, war ein höherer siebenstelliger Millionenbetrag. In der Vorverhandlung, ob es dann am Ende stattgefunden hätte, sei mal dahingestellt. Natürlich hört sich das erstmal lukrativ an, aber ich sage euch ehrlich, wenn eine Plattform kommt, die mich von Twitch, für einen Drei-Jahres-Vertrag im Übrigen, Chat, drei Jahre, ne, also drei Jahre wäre dieser Vertrag gewesen, eine andere Plattform könnte mich nur von Twitch wegholen, wenn ich das Gefühl habe, dass sie gleich gut ist, das Potenzial hat, gleich gut oder noch besser zu werden. Und das muss ich ehrlicherweise sagen, dieses Gefühl hat Join leider bei mir nicht ausgelöst. Deswegen hat das Ganze meinerseits nicht stattgefunden. Ich glaube, ihr stimmt mir zu, wenn ich sage, dass es sehr interessant gewesen wäre, aus unternehmerischer Sicht. Und ich bin ja als Streamer, als Streamer bin ich ja auch ein Unternehmer. Und ich hätte gerne aus unternehmerischer Sicht gesehen, wie zwei Unternehmen Twitch und Join sich konkurrieren, beziehungsweise wie Join sich geschlagen hätte oder halt auch nicht. Das hätte ich schon sehr gerne beobachtet und gerne verfolgt, aber es wird halt nicht stattfinden. Also der Start von Join war, lass mich mal kurz überlegen, wann sollte Join starten? Ich glaube, Join sollte Anfang, Mitte letzten Jahres starten. Ein Jahr später ist es immer noch nicht gestartet. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass das Projekt auch auf Eis gelegt worden ist und da nichts mehr passieren wird. Viele der Streaming-Kollegen haben schon die Dollarzeichen in den Augen gehabt und haben gedacht, sie machen den Deal ihres Lebens, was ihnen ja vom Herzen auch gegönnt sei. Aber das ist dann nichts geworden. Was sagst du zur Live-Tour von Bushido? Zur Live-Tour von Bushido? Wow, was soll ich dazu sagen? Ich verfolge Bushido weder auf Social Media noch auf seiner Live-Tour. Ich werde immer fair sein und sagen, dass ich Bushido musikalisch bis heute feiere und er meiner absoluten Favorite-Deutsch-Rap-Artist-Künstler ist. Gerade die alten Dinger von Bushido werden bei mir in meiner Playlist immer hoch und runter laufen. Aber ich persönlich kann nur sagen, rein menschlich, es wäre besser gewesen aus meiner Wahrnehmung, und das wird er vielleicht auch über mich sagen, und das ist auch vollkommen okay, rein menschlich wäre es besser gewesen, hätte ich einfach nie Bushido als Person kennengelernt, sondern hätte ihn immer als Held meiner Jugend in der Musik gesehen. Aber das menschliche Kennenlernen hat leider da ein bisschen die Fassade bröckeln lassen, muss ich da ehrlicherweise sagen. Aber kein böses Blut ist halt einfach jemand, mit dem ich jetzt nicht unbedingt noch in Zukunft weiterhin cool sein muss. Privat, persönlich, whatever. Ich wünsche ihm nur das Beste, viel Gesundheit seiner Familie. Ich denke, das ist eine erwachsene Einstellung. Ich werde immer weiter seine Musik feiern und auch mich immer wieder freuen, wenn ein neuer Bushido-Track rauskommt, bin ich ehrlich. Aber so das Kennenlernen Menschliche hat irgendwie nicht so gepasst. Moment, ich habe extra freigeschaltet. Hey Mercedes, was kannst du mir über Montana Black erzählen? Hier ist, was ich auf Wikipedia gefunden habe. Montana Black ist ein deutsch-türkischer Web-Videoproduzent und Livestreamer, der sich in seinen Auftritten hauptsächlich mit Videospielen, wie zum Beispiel Call of Duty, FIFA und Fortnite beschäftigt. Okay. Seine Videos veröffentlicht er mehrmals pro Woche auf YouTube und überträgt über das Livestreaming-Video-Portal Twitch seine Livestreams. Seit 2018 ist er der größte deutschsprachige Dumming-Livestreamer auf Twitch. Hey Mercedes, was kannst du mir über Jens Knossaler erzählen? Jens-Heinz-Richard Knossi Knossaler ist ein deutscher Entertainer. Er wurde durch seine Teilnahme an verschiedenen Fernsehformaten sowie als Poker-Kommentator, Moderator, Livestreamer und Part-Hirschlager-Sänger bekannt. Er bezeichnet sich selbst als König des Internets und tritt für gewöhnlich mit Krone auf. Ja, hey Mercedes, was kannst du mir über André Krieger erzählen? Kommender Krieger ist ein deutscher Depp-Videoproduzent und Scumming-Kommentator, dessen Videos meistens Inhalte aus diversen Videospielen beinhalten. Das Spielgeschehen wird dabei entweder zeitgleich vom Spieler kommentiert oder aber erst im Nachhinein. Das ist alles, was ich dir dazu erzählen kann. Oh, das war aber ein bisschen wenig. Hey Mercedes, was kannst du mir über Michaela Schafrath erzählen? Michaela Schafrath ist eine deutsche Schauspielerin, Synchronsprecherin und Moderatorin. Was? Von 1997 bis 2000 war sie unter dem Pseudonym Gina Wild als Pornodarstellerin tätig. Mal überlegt, den Lamborghini gegen einen Ferrari zu tauschen. Ein Fett-Tribut. Du würdest dir gut stehen. Nee, das habe ich in der Tat nicht. Und ich erkläre dir auch warum, weil anders gesagt, hätte ich mehr Platz in meiner Garage und eine Doppelgarage, die direkt ins Haus geht, ist schon unfassbarer Luxus. Aber hätte ich mehr Platz in meiner Garage, dann könnte man drüber nachdenken, eventuell sich auch noch ein Ferrari beispielsweise zu kaufen, Schrägstrich Leasingkauf zu tätigen als Beispiel jetzt. Aber persönlich habe ich eine emotionale Bindung zum Lamborghini. Der Lamborghini ist ein Auto, wo ich bis heute unfassbar dankbar für bin. Der Lamborghini erinnert mich an eine Zeit, die unvergessen ist. Eine Zeit, wo ich unfassbar erfolgreich war. Nicht, dass ich jetzt unerfolgreich bin, aber der Lamborghini erinnert mich einfach an einen Meilenstein in meiner Karriere in der Fortnite-Zeit. Der Lamborghini ist für mich wie ein stummer Bruder. Und ich könnte mir nicht vorstellen, den Lamborghini abzugeben. Ich liebe das Auto unfassbar und ist er irgendwie auch ein Markenzeichen meinerseits. Und deswegen ist die Antwort, nein, ich würde mein Lamborghini niemals gegen ein neues Auto tauschen. Egal ob ein Ferrari oder ähnliches. Selbst wenn das vielleicht mir optisch besser gefällt. Das Einzige, was in Frage kommen würde, wäre, wenn der Lamborghini einen extremen Wertzuwachs hat. Ich habe ihn gekauft für 280.000. Das letzte Mal, als ich gefragt habe, kann auch sein, dass es gefallen ist. Das letzte Mal, als ich gefragt habe, war der Lamborghini 330.000 ungefähr wert. Das ist der letzte V10 aus der Generation. Wenn der jetzt irgendwann in, sagen wir mal, 5 Jahren oder 10 Jahren 600.000, 700.000 Euro wert wäre, dann wäre es natürlich auch logisch zu überlegen, den Wagen abzugeben und den Gewinn daraus zu ziehen. Aber, nee, eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Der Wagen gehört zu mir. Also ich komme nicht darauf klar, dass da immer noch steht 51 Minuten Stau, ne? Also dieser Denison, mit dem ich überhaupt kein böses Blut habe, hat vor einiger Zeit jemanden interviewt. Ibo heißt er, der aus meiner Wahrnehmung gerade im ersten Interview es so dargestellt hat, als wenn wir Engkontakt hatten, als wenn wir Kollegen waren. Und das ist einfach eine Lüge. Und ich mag das nicht, wenn Leute behaupten, sie wären mit mir befreundet gewesen, obwohl es nicht so gewesen ist. Ja, ich kannte Ibo und es tut mir leid für Ibo, dass er jetzt obdachlos ist und auf der Straße ist anscheinend und ganz offensichtlich ein Drogenproblem hat oder auch vielleicht zwei. Aber ich finde es nicht in Ordnung, sich im Internet damit zu brüsten und zu sagen, man wäre mit mir befreundet gewesen. Das ist einfach eine Lüge. Ich kannte Ibo, wir waren zusammen auf der gleichen Schule und haben auch mal einen Joint zusammen geraucht. Und das war's. Ich hatte weder seine Handynummer, noch habe ich mich ein einziges Mal im Leben mit dem privat getroffen. Man hat sich während der Schulzeit mal gesehen, mal zusammen einen geraucht, auch mal ein bisschen gelabert, aber es war kein Freund. Und ich mag das nicht, wenn im Internet Unwahrheiten verbreitet werden und dann werde ich da die ganze Zeit unter den Videos markiert. Jo, Monte, helft doch da mal den alten Kollegen. Nee, Bro, das ist kein alter Kollege. Soll ich euch was sagen? Das letzte Mal, als ich Ibo gesehen habe, war das vorm Dönerladen. Und er hat im Dönerladen versucht, irgendwelche geplauten Kugelschreiber zu verkaufen, die pro Stück 200, 300 Euro gekostet haben. Und da war ich sogar noch korrekt, weil die Leute, denen er das angeboten hat, wollten das nicht. War ich sogar noch so korrekt und habe zu Ibo gesagt, komm Ibo, gib her die Dinger, ich weiß nicht, was er für eine Haar wollte. 40 Euro oder so. Da habe ich ihm noch 40 Euro für diese komischen Kugelschreiber gegeben und habe die dann Oma und Opa geschenkt. Aber im Internet zu sagen, man wäre mit mir befreundet gewesen, obwohl es einfach nicht so war, mag ich nicht. Und deswegen will ich da jetzt einfach auch nochmal endlich was zu sagen. Und selbst wenn, also wenn wir da das Thema nochmal aufmachen, selbst wenn ich mit Menschen von damals befreundet war, die heute auf der Straße sind oder Drogenprobleme haben, dann muss ich denen nicht helfen. Versteht ihr, wie ich meine? Eine Sache will ich euch gesagt haben, auch gerade an die jüngeren Zuschauer. Freundschaften kommen und gehen. Du wirst in deinem Leben viele Leute kennenlernen und mit denen eine Phase im Leben haben, wo man was unternimmt. Und du wirst sie in der Zeit Bruder nennen, aber irgendwann werden sie nicht mit deinem Bruder sein. Irgendwann werden sie einfach nur noch flüchtige Bekannte sein. Und das ist auch okay. Das hat nichts damit zu tun, dass dein Charakter schlecht ist oder du dich menschlich gesehen schlecht weiterentwickelt hast. Das ist einfach der Zahn der Zeit, das ist das Leben. Dann kriegt der eine Bruder auf einmal Kinder, muss irgendwie gefühlt jeden Tag zehn Stunden arbeiten, hat keine Zeit. Man selber irgendwie ist beruflich eingespannt. Der eine zieht weg, der andere hat einen Schicksalsschlag und verkrümelt sich und will keine Freundschaft mehr und klammert sich an seiner Frau fest, whatever. Also es gibt so unfassbar viele Leute, die ihr in eurem Leben kennenlernen werdet, die man sogar vielleicht Bruder genannt hat, die aber irgendwann nicht mehr eure Brüder sind. So ist das halt. Und nur weil ich mal irgendjemand vor 15 Jahren als Freund hatte, heißt das nicht, dass ich heute dazu verpflichtet bin, denen zu helfen. Nur weil es mir gut geht. Jeder ist sein Glückes eigen Schmied. Hier sind jetzt elf Minuten Stau. Oh Gott. 73 Minuten Stau steht auf meinem Navi, ne? Ich raste komplett aus. 73 Minuten Stau. Ich schaffe es nicht mal pünktlich zur Border League, wenn es so läuft. 73 Minuten Stau. Ich kann das nicht mehr, denn ich drehe Umfahr nach Hause. Stau spendet 20 Euro. Ich warte schon auf dich. Piss dich, Junge. Moin aus Göttingen. Comeback von Stefan Raab. Was denkst du dazu? Sehr interessantes Thema. Meine Meinung zu dem Stefan Raab Comeback ist, das hätte er sich auch schenken können. Ich persönlich bewundere Stefan Raab für das, was er erreicht hat. Er war immer in einer gewissen Art und Weise, was die Unterhaltungsbranche angeht, ein unfassbares Vorbild für mich. Finde einfach, dass er das jetzt nicht unbedingt nötig gehabt hätte. Jetzt nicht, was der Motivationsgrund von Stefan Raab dahinter ist oder wer da in der Redaktion oder in dem Team die Clownsnase auf hatte. Ich hätte dir von Anfang an sagen können, also ich hätte mein Haus drauf gewettet, dass Stefan Raab keine 9 Millionen Abonnenten knackt in der Zeit. Wer das wirklich geglaubt hat, der glaubt gefühlt auch noch an den Weihnachtsmann. Dani Sophia Thiel, nee, wie heißt sie Sophia Thiel? Pamela Reif, sorry. Dani Pamela Reif als Parameter zu nehmen, ist Quatsch mit Soße. Die Frage, die man sich stellen muss, ist ja auch, passt denn Stefan Raab überhaupt noch in die heutige Zeit? Könnte er das wie früher noch machen in der heutigen Zeit? Und die Antwort ist meinerseits, nein, könnte er nicht. Ein TV-Total wie damals würde heute nicht mehr so funktionieren. Mit dem dunklen, mit dem schwarzen Humor, mit dem unter der Gürtellinie. Das würde nicht mehr funktionieren, weil die ganzen Leute sich so heftig anpissen würden. Ich persönlich finde, dass die lebende Legende Stefan Raab das vernünftig gemacht hat. Der hat seinen Cut gemacht, hat genug Cash auf dem Konto, macht unfassbar viel noch im Hintergrund. Und er ist einfach als lebende Legende in die Geschichte eingetreten und hat es nicht nötig, auf Social Media nach Followern zu geiern. Und zu sagen, jo, mein Comeback bei 9 Millionen. Das habe ich nicht gefühlt und habe die Aktion nicht gefeiert. Und noch weniger, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich die ganzen Arsgeier gefühlt, die unter seinem Post nach Aufmerksamkeit und Likes gegeiert haben. In der Hoffnung, irgendwann mal ein bisschen den Penis von Stefan Raab im Mund zu haben. Vielen Dank, dass du Adam zum Gardasee geschickt hast. Punkt. Hat sich zum Thema Silver Gaming was geändert? Nee, zum Thema Gaming hat sich nichts geändert. Und das mit Adam war schon ziemlich lustig, muss ich gestehen. Ihr müsst euch so vorstellen. Adam hat ein Format gestartet, wo Leute bestimmen können über eine Donations, also über die Top-Donations, wo er hinfährt. Und er war schon kurz vor Dänemark. Und dann habe ich das Ziel geändert zu Sizilien. 2.500 Kilometer. Dann habe ich ihn den ganzen Tag lang wieder in die andere Richtung fahren lassen, kurz bevor er Deutschland verlassen hat. Und dann habe ich das Ziel wieder geändert und habe ihn wieder nach Dänemark geschickt, Digga. Sein Chat war so unfassbar sauer auf mich. Das hat richtig Spaß gemacht, Digga. Ey Mercedes. Ja, bitte? JP anrufen. Yo, moin. Moin, moin. Kleiner Hinweis. Ich bin am Streamen und man hört dich. Ist das cool für dich? Ja, ich bin in Los Angeles und bin dann aufgestanden. Oh, das wusste ich natürlich nicht. Das tut mir leid. Wie spät ist es? 6.30 Uhr. Wir haben 6.33 Uhr. Ui, das ist aber eine sportliche Zeit, Alter. Ja, ich musste hier aufstehen. Ich wollte gar nicht lange nerven. Ich habe wirklich eine fachspezifische Frage. Und zwar habe ich gerade gemerkt, beim Fahren auf der Autobahn, und es regnet in Strömen, dass ich das Gefühl habe, dass die Keramikbremse gar nicht richtig bremst bei hoher Geschwindigkeit. Ist das? Absolut. Ja, das ist normal. Das ist wirklich ein Thema, was sehr viele Hersteller haben mit großen Keramikbremsenanlagen. Ja. Vor allem umso größer die Scheiben werden, so extremer Wetter, das ganze Thema. Ja. Da kommen mehrere Faktoren zusammen. Zum Beispiel bei Audi gibt es auch so einen kleinen Warnhinweis. In so einem digitalen Feld, wo da wird gesagt, dass die Bremsanlage auch nass ist. Und nach so einer Bremsphase von so 1,5 Sekunden, Sekunden, ist in der Regel eigentlich auch immer, dann wäre das Logo weg. Und die Thermik ist in der Bremsscheibe drin. Und das Wasser ist dementsprechend nicht mehr auf der Anlage drauf. Aha. Also das ist normal und ist auch unangenehm. Das fühlt sich an, als wenn halt keine Bremsleistung da ist, ne? Genau. Und dann kommt die ruckartig wieder rein, wie die Thermik da ist. Weil, du darfst nicht vergessen, so eine Brems, so eine Scheibe und Klotz und Anlage baut extrem jetzt auf. Gerade umso schwerer das Auto ist, kommt richtig was zu tun. Also ist nicht die Lösung des Problems, richtig reinzutreten. Klar, also wenn die Situation das verlangt, auf jeden Fall, und dann kommt die auch dementsprechend schneller. Nur ist es halt für dich als Fahrer oder als Insasser halt manchmal unangenehm, ne? Das Thema ist halt nur beim Nassen doll. Das ist aber normal, das haben alle. Ja, weil ich jetzt gerade das erste Mal den Mercedes, der ist jetzt nicht ganz eingefahren, aber kurz davor, jetzt habe ich ihn mal ein bisschen schneller gefahren und hatte halt einfach das Gefühl, der Bremser ist das erste Mal, dass ich ein Auto mit Keramikbremsen habe, weißt? Ja, 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 also, ja, da gewöhnt man es ja. Zum Beispiel, wo du wirklich aufpassen musst, wenn du in der Wattstraße warst, fährst du raus, das ist wirklich krass, und die Wattstraße geht irgendwie bergab auf eine Ampel zu. Dann stehst du wirklich mit deinem ganzen Gewicht in der Bremse rin, um das Auto schon schnell zu kriegen. Das ist aber nur einmal, aber das musst du wissen, das weißt du auch nachher. Aber das ist super ekelhaft, das heißt, du fährst nur 10 kmh oder 15, willst bremsen, und du musst da volles Hohre reintreten, um die Kajots umstehen zu kriegen. Okay, ja, gut zu wissen. Aber sonst ist das normal, das ist ein bisschen. Okay, nee, finde ich gut, weil das hatte ich noch nie. Deswegen wollte ich nur mal da hin. Was sagst du zum Einfahren Kilometer bei Autos? Mercedes sagt, 1500 km muss ich die Möhre einfahren, bis ich Gas geben darf. Oh krass, nee, also ich sag höher, also ich sag, also normalerweise sagen die meisten ja schon da 2000, ich sag 1000, ich mach es so, dass ich wirklich 500 km maximal so, also ich gehe mal in die Droppelklappenstellung, ne, das heißt, wie viel fit du hast Gaspedal durch. Weil das ist die Last, die wirklich in den Motor reingeht. Und wenn du jetzt aber wirklich mit ganz viel Gefühl, die ersten, also andersrum, Radlager, Getriebe, Gangräder, auch das muss eingefahren werden, die meisten denken immer nur an den Motor. Die ersten 300, 400 km das Auto vorkommen in Ruhe lassen. Also wirklich ganz, ganz, ganz sanft fahren. Dann so ab 500 km, sag ich schon so 20, 25% Drosselklappe, also so ein Viertel Gaspedal treten. Und wenn du mit dieser Fußstellung deine 200 schaffst, dann schaffst du damit deine 200. Aber, weil die Getriebe sind so hoch übersetzt, dass die Motordrehzahl eh nicht über 3000 geht, ne, schaffst du ja total bestimmt, schaffst du 3000 kmh und 200 kmh, also 3000 kmh und 200 kmh, schaffst du, oder? Ja. Denke ich auch. So, und dann kannst du da durch die Gegend rollen und dann so ab 700 km kannst du so Hälfte Gas geben, aber halt auch nichts ruckartiges. Und dann ab 1000 kmh gebe ich dann alles, wenn abends. Okay, ja, das hört sich sinnig an. Das habe ich auch so gehandhabt, ab 1000. Ja, genau, ab 1000 kannst du dann da schon reinlatschen. Okay, alles klar. Dann will ich nicht weiter stören. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir einen schönen Aufenthalt in Los Angeles. Okay, dir hat sich Spaß. Danke dir, ciao, ciao. Ja, immer ein Segen, mit JP zu telefonieren. Für mich ist das so, wenn ich mit JP telefoniere, ist es so, als wenn ich einen trockenen Schwamm in ein Glas Wasser lege. Und der Schwamm saugt so viel Wasser auf. Und das ist, wenn ich mit ihm telefoniere. Mein Gehirn saugt so viel Information, so viel interessante Information auf, immer an dem Genuss, mit JP zu telefonieren, ehrlich. Hey, Chad, ich habe ja noch eine ultra krasse Ankündigung. Ich habe es ganz vergessen, Alter. Ja, lauscht eure Ohren, denn ich habe frohe Botschaft zu verkünden. In den nächsten zwei bis drei Wochen, je nachdem, wie lange der Versand und das Organisieren der Location in Anspruch nimmt, werde ich einen unfassbar geilen IRL-Stream machen. Aber nicht den klassischen IRL-Stream rumlaufen und in der Nase popeln, sondern ich und mein treuer Weggefährte, Master Exe, haben Andi 25 Koffer ersteigert bei der Kofferauktion. Für verlorene Gepäckstücke vom Flughafen. Und wir werden ein XXXXXXXL Opening machen von diesen unfassbar geilen 25 ersteigerten Koffern. Habt ihr das verstanden? 25 Koffer, wo wir nicht wissen, was drin ist, die wir ersteigert haben. Und wir werden sie live im Stream, im Stream unboxen. Ihr müsst euch vorstellen, lieber Livestream-Chat, diese 25 Koffer haben wir ersteigert. Und wir haben den ganzen anderen YouTubern den Finger gezeigt, weil wir mit großem Portemonnaie angereist sind. Andere Leute, andere YouTuber haben auch mit gesteigert. Und die Mission war, alles kaufen. Ich muss mir einen Lieferwagen mieten, um die Koffer zu transportieren. Und die werden wir live im Livestream unboxen und gucken, ob wir eventuell reich werden oder arm. Wir haben dafür ausgegeben über 15.000 Euro. Sobald die geliefert werden, werde ich mich drum kümmern. Und im Idealfall machen wir das Unboxing natürlich knackig auf dem Sonntag. Aber ich werde euch auf dem Laufenden halten. Master X hat mir geschrieben, Digga, die anderen YouTube-Kollegen sind richtig pisst auf dich. Da habe ich ihm nur geantwortet, sollen die halt mehr arbeiten. Oh, das war so lustig, Digga. Da haben wir so einen Lachflash drauf geschoben, Mann. Und nochmal der Weird Flex. Das werdet ihr auch irgendwann können. Ich werde jetzt aus meinem Auto aussteigen und werde mir hinten aus meinem Kühlschrank einen gekühlten Eistee holen. Damit ihr auch wisst, was Phase ist. Beinah, geht das ab hier. Nochmal ein kleiner Real Talk zum Thema Leo, okay? Das, was für einige da draußen vielleicht komisch rüberkommt oder sie nicht ganz verstehen, wieso, weshalb, warum. Ich will auch nicht zu privat reingehen. Aber Leo hat mir von sich aus erzählt, dass er auch mal nicht gute Phasen im Leben hat. Mehr sage ich dazu nicht. Ihr wisst, ich wollte immer einen Bruder haben, den ich nicht hatte. Nichts gegen meine beiden Geschwister, aber ich habe mir immer einen Bruder gewünscht. Und ich habe sowieso ein Herz für Kinder. Und Leo war einfach so ein intelligentes, so ein bodenständiges Kärchen von Anfang an, dass ich ihn einfach direkt ins Herz geschlossen habe. Dadurch, nur dass ich, es ist ja kein Mehraufwand für mich, nur dadurch, dass ich Leo erlaube, während der Baller League Spiele an meiner Seite in der Kabine von oben zu gucken und mit mir rumzulaufen, habe ich, nur dadurch, dass ich das gemacht habe, ohne großen Aufwand, habe ich vor zwei Tagen, ich werde jetzt nicht so tief ins Detail gehen, aber vor zwei Tagen von Leo eine Sprachnachricht bekommen, wo er ungefähr gesagt hat, ich möchte nicht, dass die Baller League aufhört, ich bin ganz traurig. Montags habe ich mich immer in der Schule so gefreut, habe den ganzen Tag nur an Baller League gedacht. Und warum ist jetzt schon zu Ende? Und nur allein diese eine Sprachnachricht, wo ich rausgehört habe, durch seine Anwesenheit und das Dabeisein, er einen Highlight im Tag hat oder in der Woche und es ihm dadurch besser geht, mit im Zusammenhang mit der ganzen Liebe, die er auch von seiner Familie bekommt, nur alleine dafür ist das alles wert, versteht ihr? Versteht ihr, ich habe so viele Anfragen von Leuten, komm mal vorbei, jo, ich bin krank, ich liege im Krankenhaus, komm mal vorbei und ich respektiere das alles zu 100%. Und ich habe auch ein Herz für jeden da draußen. Aber manchmal ist es dann schöner, selber jemanden persönlich kennenzulernen durch Zufall, dem man halt einfach dann eine Freude im Leben macht und einmal die Woche ein zusätzliches Highlight verschafft, wisst ihr? Und ich bin nicht so ein abgewichtiger Vor-Kopf, der vor der Kamera mit Leo, ah, bester Mann, High Five, und wenn der mir dann mal in der Woche schreibt und nochmal schreibt in Donowall, klar ist es auch schon vorgekommen, dass Leo mir mal eine Sprachnachricht geschickt hat oder eine Nachricht, wo ich nicht drauf angebordnet habe oder einen Tag später. Aber wenn Leo auch irgendwas hat, dann kann er mich auch außerhalb der Kamera erreichen, weil ich das nicht für die Kamera mache, sondern ich mache das aus dem Herzen, egal ob mit oder ohne Kamera. JP meinte, in Stream, dass es Thematiken mit der neuen S-Klasse gibt. Hast du schon negative Dinge, abgesehen vom Preis und Display entdeckt? Ich glaube, der einzige wirkliche negative Aspekt, den ich bis jetzt in der S-Klasse habe, ist das Display. Und damit meine ich nicht die Optik des Displays, sondern dass das Display und die Grafiken zum Teil extrem laggy sind. Also als Beispiel, ich habe jetzt zur Osterzeit hier Grafiken mit Ostereiern und wenn ich den Wagen starte, sind überall ganz viele bunte Ostereier rum, was ja ein nettes Gimmick ist. Das Problem ist bloß, dass es komplett am Lecken ist, in zwei FPS. Und sobald ich das Navigationssystem angeschaltet habe und die Ampelkamera und ähnliches sich einschaltet und hier aufploppt und das Navigationssystem im Hintergrund zu sehen ist, lag alles in zwei FPS. Und das kann einfach nicht sein. Und da werde ich auch nochmal separat irgendwann eine Instagram-Story machen oder mal ein Video an Mercedes schicken, weil das kann einfach nicht sein, dass in einem knapp 300.000 Euro Auto das Display in 10 FPS läuft. Das ist einfach eine Trechheit. Das muss ich ganz klar so sagen. Das ist wirklich eine Frechheit. Mein Handy für 1600 Euro läuft flüssiger und das darf einfach nicht sein. Das werde ich euch auch nochmal irgendwann nochmal zeigen. Also das ist das Einzige, wo ich ehrlicherweise, und ich bin den Wagen jetzt ja noch nicht mal 2000 Kilometer gefahren, das ist das Einzige, wo ich jetzt sagen muss, was ich negativ finde. Und eine Sache fällt mir noch ein, bei Comfort, bei Massagen. Ich kann zwar einstellen, welche Massage ich haben möchte und ich kann auch einstellen, welche Intensität die Massage hat, aber ich kann nicht einstellen, wie lange die Massage geht. Und ich verrate euch eins, wenn ich mir hier die Massage anmache, die gerade am Laufen ist, läuft eine durchschnittliche Massage 15 Minuten. Und du musst nach immer und immer 15 Minuten wieder die Massage neu anmachen. Aber Bro, lass mich doch einstellen, die Massage soll am Stück eine Stunde laufen oder eineinhalb Stunden. Das ist ein Langstreckenfahrzeug. Das kann doch nicht sein, dass eine Massage 15 Minuten geht und dann einfach ausgeht und ich sie wieder aktivieren muss. Gib mir doch die Option einzustellen, ich möchte gerne diese Massage jetzt für die nächste Stunde durchlaufen lassen. Das ist halt einfach etwas, was ich mir denke, guck mal, die Massage sieht aus. Die lief 10 Minuten, Digga. Das ist halt einfach etwas, wo ich mir denke, bei einem Preis von 284.000 Euro kann es nicht sein, dass das Auto mir nicht die Option gibt, mir selber die Zeit einzustellen bei einer Massage. Stell dir mal vor, ich fahre 4 Stunden Strecke und ich will die ganze Zeit massiert werden. Dann muss ich alle 15 Minuten, also 4 Mal in der Stunde, 12 Mal in 3 Stunden mir die Massage aktivieren. Und das ist einfach dumm. Das ist einfach dumm gemacht. Einen Punkt muss ich noch sagen, den ich persönlich nicht extrem schlimm finde, aber wo ich mir dann auch, und ich muss auf den Preis rumreiten, wo ich mir dann auch wieder denke, für das Geld hätte ich fast mehr erwartet, und zwar die Ambientebeleuchtung. Ja, ich habe 15 verschiedene Programme, wie ich mir die Farben einstellen kann, aber warum kann ich für das Geld nicht selber bestimmen, welche Farbe ich wo haben will? Ich habe hier ganz verschiedene, unterschiedliche Bereiche. Sagen wir mal 4 oder 5 Ebenen, und ich kann nur diese 4 oder 5 Ebenen einstellen farblich, wie Mercedes es programmiert hat. Warum kann ich nicht selber entscheiden, auf welcher Ebene ich welches Licht haben möchte? Ich meine, eine Philips Hue LED-Streifen für 100 Euro bietet mir mehr Optionen als die Innenraumbeleuchtung von Mercedes. Und das im Umkehrschluss wieder bei einem Auto, was an die 300.000 Euro kostet, das ist jetzt meckern auf Home-Niveau, ist klar, hätte ich mir aber gewünscht, dass ich mir sage, ey, hier oben oder hier oben hätte ich nicht gerne Regenbogenfarben, sondern ich hätte gerne abwechselnd blau, rot, blau, rot. Und hier oben hätte ich gerne weiß, geht aber nicht. Aber ansonsten, sage ich euch ehrlich, ist dieses Auto so unfassbar komfortabel. Die Musikanlage ist so ein Genuss und so eine geile Sache für jeden, der Musik mag. Das macht einfach unfassbar viel Spaß. Warum will jetzt... Achso, ich muss hier runter. Mein Fehler, ich bin rübergezogen, aber ich muss hier runter. Ja, alles gut. Ja, was machst du denn jetzt mit der Lichthuppel, Alter? Ich muss hier rüber, du Arschgeige. Ja, was ist denn los, du Arschgeige? GC-Kennzeichen. Gangbang-Kennschert in dein Gesicht, du Arschgeige, Alter. Da sitzt dann so ein Rentnerpärchen da drin, der drückt mir die Hupe, aber hat nicht mal die Eier rüber zu gucken, um mir mal den Mittelfinger zu zeigen, dass ich auch mal zurück den Mittelfinger zeigen kann. Der hupt, also er fährt da, weil er sauer auf mich ist und dann fährt er so an mir vorbei, Digi. Halt doch wenigstens Blickkontakt. Was ist eigentlich mit Stim-IP? Comeback von dir. Naja, ohne jetzt schlechte Stimmung machen zu wollen oder Beef oder Fitna oder so. Ich sag euch das, ihr wisst, ich bin immer ehrlich, okay? Rorat hat zu mir gesagt, ey Bruder, oder andersrum. Ich fang von vorne an. Ich hab zu Rorat gesagt, Rorat, Bruder, ich hab richtig Bock wieder auf RP. Das war kurz vor der Minecraft-Zeit. Ja, Bruder, ich auch, aber gerade Minecraft. Ich sag, okay, cool, kein Problem, vielleicht danach. Dann hat Rorat mich ein paar Mal danach angerufen und hat gesagt, ja Mann, geil, Alter. RP, wir gehen zusammen rein, wir starten zusammen durch, Comeback, ich meld mich, ich klär das, da müssen einige Leute vom Server fliegen noch vorher, ich klär das. Jetzt hat er alleine sein RP-Comeback gefeiert, Digga, und hat sich nicht mehr gemeldet. Nicht böse gemeint, nur Liebe für Rorat im Herzen, ich wünsche ihm das Beste, aber da hab ich dann gedacht, okay, dann scheiß drauf, Digga, weißt du, dann scheiß drauf so, dann mach ich's irgendwann ein anderes Mal einfach. Hab ich nicht so gefühlt, um ehrlich zu sein. Er ist noch jung, ja, klar, natürlich, Digga, aber ich will ja jetzt hier auf dem Thema rumreiten oder so, ne, aber guck mal, wenn du einen Homie, den du magst, der für sich selber noch gar nicht gesagt hat, okay, RP muss ich wieder machen, zu ihm sagt, Digga, lass wieder in RP rein, Digga, unsere Zeit war bombastisch, lass zusammen wieder unser RP-Comeback machen und derjenige sagt, ja, okay, machen wir, ich klär dann noch ein bisschen was, da müssen noch ein paar Leute vom Server fliegen und so und du sagst, okay, kein Problem, machen wir so, melde dich und er sagt, ja, okay, ich melde mich, ich kümmere mich und bla, und dann auf einmal passiert das alles, aber halt alleine, ohne dass du mit eingebunden wärst, dann denkst du dir halt einfach, also als allererstes hab ich mir gedacht, so bin ich dann, hab ich mir gedacht, hab ich was verkehrt gemacht, hab ich mich nicht korrekt verhalten, aber eigentlich war alles okay, also ist alles okay, aber dann denkst du dir halt einfach, okay, dann halt nicht so, weil, so, das ist so, als wenn du mit einem Kumpel abmachst, ey, Diggi, in drei Wochen gehen wir gemeinsam ins Stadion, feiern das voll ab, Alter, endlich wieder ins Stadion gehen und irgendwie ein geiles Spiel gucken, nur als doofes Beispiel und er sagt, ja man, ich bin am Start, ich melde mich, ich organisiere Tickets und du hörst nichts mehr von der Person und auf einmal siehst du, an dem Tag, wo das Spiel stattfindet, dass er sich Tickets organisiert hat und mit einem anderen Kumpel zusammen ins Stadion gegangen ist. So fühlt es dir das für mich an, Digga. Das ist ein Stich in den Rücken, sag ich ehrlich. Hab gehört, dass Black Ops 2 ein Remake rauskommen soll, wirst du es spielen. Ne, hab ich nicht vor. Call of Duty hat so viele Remakes gemacht, so viele Sachen, Call of Duty Zeit ist vorbei, Bro. Dann bringen die ein Black Ops 2 Remake raus, okay, cool, dann machen sie Skill-Based Matchmaking rein. Ja, dann bleibst doch mal ein Scheiß drauf. Vor allen Dingen ist ja halt auch einfach so, dass, ja, Black Ops 2 war unfassbar geil, Digga. Wir haben alle, oder viele von uns, haben eine unfassbar schöne Zeit in Black Ops 2 gehabt. Und selbst wenn sie jetzt einen Black Ops 2 Remake rausbringen würden, ohne Skill-Based Matchmaking, ohne den ganzen Scheiß, was uns Kopfschmerzen bereitet, dann sind die Spieler einfach anders geworden, Digga. Jeder hat einen Scaf, jeder benutzt gefühlt Gamer Grip, jeder hat das installiert, jeder hat das installiert. Das ist auch gar nicht böse gemeint, aber Zeiten verändern sich halt einfach. Und ich persönlich möchte vermutlich eher einen Black Ops 2 und einen Modern Warfare 2 oder einen Modern Warfare 3 in schöner Erinnerung in meinem Gedächtnis haben. Als eine schöne Zeit, als auf Biegen und Brechen jetzt nochmal einen Remake raushauen, wo aber einfach dein Spielerlebnis und die Freude, die du an dem Spiel hattest, die sein wird, wie in einem Remake jetzt, wo die Leute um das A** ihrer Mutter schwitzen. Der Plan ist wie folgt, wir fahren jetzt hier noch ein bisschen durch die Hood. Keine Ahnung, warum ich hier längs fahre, übrigens. Wir fahren hier ein bisschen durch die Hood oder halt auch nicht durch die Hood. Und da ich so unfassbar verspätet und verzögert vor Ort sein werde, also ich werde pünktlich da sein, aber ich werde halt kurz vor knapp da sein. Ich werde Alena mit Leo den Stream schon aus der Kabine übernehmen. Seid lieb, seid nett. Ich werde 20, 25 Minuten später dann da sein. Dann könnt ihr mit Alena ein bisschen ha-ha-hi-schnacken und mit Leo ein bisschen ha-ha-hi-schnacken. Oh, jetzt hier die Sonne scheint, da kann der Onkel Monte mal seine schnelle Brille rausholen, die hat er nämlich wiedergefunden. Hihi, ja. Salam alaikum. Wisst ihr, wo die Sonnenbrille war? Ich habe sie eine Woche gesucht. Ich habe sie eine Woche gesucht und habe gedacht, dass ich sie verloren habe. Die war die ganze Zeit im Streaming, Rucksackgründe, im Seitenfachdecker. Die lag die ganze Zeit bei mir im Eingangsbereich, zu Hause. Und ich habe mir einfach eine neue bestellt. Jetzt habe ich zwei Brille, einfach 360 Euro für umsonst ausgegeben. Aber das ist ein Klassik Monte, das stimmt ja, ein klassischer Monte, hundertprozentig. Okay, alles klar. Live-Stream-Chat, wir machen jetzt einen Switch auf unfassbar spektakulär von der Autobahn direkt ins Borla League, in die Borla League-Zentrale. Da wird Alena, glaube ich, zusammen mit Leo euch noch ein bisschen, okay, wird euch zusammen ein bisschen einführen. Seid alle ganz lieb und lasst ein bisschen Liebe da. Ich bin in ungefähr 20 bis 25 Minuten auch vor Ort. Werd jetzt hier noch kurz ein paar Sachen, wo ein, zwei Telefonate noch erledigen und so. Aber ich bin in 20 Minuten dann auch bei der Borla League am Start. Also, ja, wir sehen uns gleich. Seid lieb zu, Alena und Leo und lasst Liebe da. Hallo? Hallo? Hallo Leo? Ja, hallo, hallo. Oha. Wir sehen ja gerade Marcel, der im Stau steht. Oha. Ich würde mal, Marcel, Alena guckt wahrscheinlich und hört, Grüße an Marcel. Kann ich mir vorstellen. Guten Abend, Mats. Guten Abend. Warte, grüß dich. Sag mal, was für ein breites Lächeln läufst du hier rum heute? Ja, ich bin immer, wenn ich hier bin, bin ich glücklich. Jetzt, wo du neben mir sitzt, nicht mehr so, weil ich mich an Samstag 18.30 Uhr erinnere, an dein Handspiel. Möchtest du das wirklich ausdiskutieren? Nein, 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 ich mache nur Spaß. Ich weiß, ich weiß. Ja, gut, dafür warst du beim Hinspiel im Stadion. Ja. Da haben wir beide einmal was mitgenommen, würde ich sagen. Leider, ehrlicherweise, bei so einem unspektakulären Spiel, was die Verteilung in der Tabelle angeht. Ja, ich glaube, das war für uns für euch was wichtiger. Für euch was wichtiger, als für uns, ja. Muss man sagen, durch den späten Leverkusensieg war da so ein bisschen wahrscheinlich die letzte Luft raus, um nach oben nochmal anzugreifen. Es war einfach unterm Strich ein sehr ernüchterndes Spiel auch von Bayern. Oder ein sehr starkes Spiel von Dortmund. Ja, es war jetzt nicht sehr stark, ich finde es war ein gutes Spiel von uns. Aber man muss schon sagen, dass logischerweise auch, also müssen wir jetzt auch nicht drum herumreden, dass natürlich Bayern in den letzten Jahren dominanter und stärker irgendwie so, meistens, vor allem in dem direkten Duell war. Genau, normalerweise haben wir auch innerhalb der ersten zehn Minuten irgendwie das 1-0 gefangen. Diesmal hat er es umgedreht. Kann man nicht, ja stimmt, wir haben früh getroffen. Ja, wann hat Ademini getroffen? Zehnte Minute ungefähr. War auch ein schönes Tor. Ja, schöner Konto, schön rausgespielt und dann läuft er halt auch natürlich seine entspannten 36 kmh. Damit kommt man dann echt öfter an die Bälle, muss ich sagen. Ich habe so ein kleines Flashback, ich würde mir wünschen, das ist natürlich relativ unwahrscheinlich, weil noch extrem viele starke Gegner auch am Start sind. Aber ich habe so ein bisschen Hoffnung auf 2014, 13, wann war das? 2013 Revival, war das? 2013, ja. Champions League Finale, Dortmund gegen Bayern. Ja, ist natürlich, muss man sagen, eine geile Idee. Gefällt mir schon gut. Ja, mir auch. Aus vielen Gründen. Gefällt mir richtig gut, aber realistische Einschätzung. Wie viel Prozent gibst du dem Duell? Unter 10 Prozent vermutlich, ja. Irgendeiner, entweder wird Bayern vorher rausfliegen oder Dortmund. Wer ist noch am Start? Real Madrid ist noch am Start. Ja, genau. Also Bayern hat jetzt Arsenal zwei Spiele und dann den Sieger aus City Real. Und wir, also im theoretischen Fall, wir haben Atletico und dann hätten wir theoretisch den Sieger aus Barca gegen PSG. Da musst du auf jeden Fall ein paar Bretter bohren, ne? Ja. Nichts ist unmöglich, ne? Naja, auf keinen Fall irgendwas unmöglich. Vor allem, man muss auch sagen, jetzt sind es auch nicht mehr viele Spiele, ne? Wenn du das Viertelfinale überstehst, dann reicht es so doof. Es klingt halt irgendwo auch ein richtiger Sahnetag und auf einmal, so wie war das damals, Hinspiel Bayern, Bayern Barca, 2-13, 4-0 oder so, ne? Das war unfassbar schön, ja. Ja, wir haben Real 4-1 geschlagen, 2-13 und auf einmal stehst du so mit anderthalb Beinen im Finale. Also ausgeschlossen, müssen wir eigentlich nicht drungen reden, ne? Es sind zu freundlich ausgeschlossen. Also natürlich ist es auch im Positiven für Bayern ausgegangen. Aber es war einer meiner schönsten Spiele, die ich geguckt habe, das Champions-League-Finale. Es war ein geiles Fußballspiel. Und das Tor von Robben, wie er sich durchgesneakt hat. Können wir jetzt auch wieder darüber diskutieren, ne? Aber er macht's gut, er macht's gut, aber das ganze Spiel war geil, muss ich sagen. Es war das intensivste Fußballspiel, was ich je miterlebt habe. War das so, oder was? Mit dem ganzen Drumherum, mit der Anspannung, dann auch mit der Atmosphäre und dann auch einfach Bayern zu der Zeit und wir. Das waren ja zwei unglaublich intensive Mannschaften. Also es war nur, jeder war durchgehend bei 100 Prozent. In jedem Zweikampf, in jedem Lauf. Es war, Arjen Robben ist hundertmal tief hinter mich gelaufen. Ganz fiese Taktik da. Es war... Ich glaube, jeder, der das damals live zugeschaut hat, unabhängig davon, wie es ausgegangen ist für die Dortmunder, ist wahrscheinlich eine richtig tiefe Narbe immer noch irgendwo oder eine tiefe Wunde, die verfeilt ist. Auf jeden Fall. Du hast ja auch echt viel erlebt, wenn man überlegt, bei der Weltmeisterschaft, bei der Europameisterschaft warst du dabei, bei der Weltmeisterschaft. Ja. Wann war das, wo wir 2000... 2000... Der Sieg meinst du jetzt? Zehn Jahre her, 2014. 2014, ein Jahr danach. Zehnjähriges dieses Jahr davon. Auch schon wieder Wahnsinn, dass das so lange ist. Da warst du auch dabei. War ich auch dabei, ja. Du warst bei vielen dabei. Champions-League-Finale, EM zumindest, Halbfinale, aber nur einmal leider. Beim zweiten war ich gesperrt, aber schon viele, muss man sagen, waren schon ein paar große Matches mittlerweile dabei. Und jetzt am Samstag Weltklasseleistung gegen Bayern. Danke. Gab viel Lob von der Presse und von den Sportexperten, ne? Gab wirklich viel Lob. Ja, ja. Das ist schön. Nehmt man natürlich gerne mit. Wir müssen nicht drum herumreden. Das geht runter wie Butter. Genau. Es gibt auch die anderen Tage, wo es nicht gut läuft. Da kriegt man dann auch vielleicht auch mal zurecht auf die Mütze. Ein auf dem Deckel, ja. Okay, Gönnergy läuft weiter. Ich glaube, wir switchen wieder rüber. Oh ja, ich muss zu joinen, glaube ich, ne? Mach's gut, Mats. Ciao. In dem Sinne, kurz auf die Nuss. Sagt auch Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, danke, Bela. Ciao, ciao. Ciao, ciao.